Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr, stammt aus dem Jahre 2021, hat eine Lauflänge von ca. 86 Minuten und eine Freigabe ab 12 Jahren. In dem Film geht es um den pensionierten Tom, der mittlerweile schon 90 Jahre alt ist und er macht sich auf die Reise vom Norden Schottlands in den Süden Englands zu jenem Ort, an dem er seine verstorbene Frau Mary kennengelernt hat. Er hat ihr ein Versprechen gegeben und das möchte er jetzt einhalten. Seine Reise plant er hauptsächlich mit dem Bus zurückzulegen, denn die 1300 Kilometer, die kann er kostenlos als Rentner fahren und so zieht es ihm hier durch die Landschaft und bei seiner Reise erlebt er jede Menge Abenteuer. So einmal ganz kurz angeschnitten die Inhaltsangabe. In der Hauptrolle haben wir Timothy Spall, bekannt aus Sweeney Todd oder The King's Speech. Viele dürften ihn kennen, wenn auch vielleicht nicht auf den ersten Blick erkannt haben. Er spielte Peter Pettigrew aus Harry Potter Wurmschwanz und da hatte er fast in jedem Teil eine kleinere Nebenrolle und nun verkörperte der zu den Dreharbeiten damals 63-Jährige einen 90-Jährigen, der an vielen Gebrechen leidet, der auch Krebs hat, aber sich nochmal aufrafft, um eben sein Versprechen an die verstorbene Frau zu halten. Und darum geht es auch in diesem Film um das Leben, um die Liebe, um Versprechen und auch eben um Verpflichtungen, die wir mit unseren Liebsten oder unseren Liebsten gegenüber eingegangen sind. Auf der Reise lernt er viele neue Menschen kennen. Er gibt dabei seine Lebensweisheiten zum Besten, gibt wertvolle Tipps und hilft Leuten aus schwierigen Situationen heraus. Da muss ich aber sagen, hat der Film auch eine kleine Schwäche, denn es kommt einem vor, als würde man hier wirklich eins nach dem anderen abhaken, wenn es um diverse Randgruppen geht. Du hast zum einen eine Frau mit Kopftuch, der eher zur Hilfe kommt, dann hast du eine Schwarze, die ihn rettet, dann hast du eine Ukrainerin, die ihn mitnimmt, einfach so. Und dann hast du auch noch eine Lesbe, um die er sich dann noch kümmert. Also es ist wirklich wie so ein Abhaken einer Checkliste. Haben wir jetzt auch alle dabei, damit auch sich keiner irgendwie unterrepräsentiert fühlt oder Sonstiges. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist es wirklich ein herzerwärmender Film. Einzig, was mir hier ein bisschen gefehlt hat, so ein paar mehr Landschaftsaufnahmen bei seiner Reise. Denn auch wenn es jetzt hier nicht die bunteste Welt ist, dennoch gibt es hier in Großbritannien oder im Vereinten Königreich eben sehr viel tolle Landschaften, sehr viel zu entdecken. Und da hätte man noch ein bisschen mehr die Umgebung und das Umfeld mit einbeziehen können. Das große Plus des Films ist natürlich Timothy Spall, der den Hauptcharakter hier großartig verkörpert. Es ist jetzt nicht der liebevolle Opi, den man sofort ins Herz schließt und auch gleich umarmen möchte. Aber man merkt es, der alte Kerl, der hat das Herz am rechten Fleck und er ist auch gewillt, hier sein Versprechen zu halten und auch einzulösen, koste es, was es wolle. Und das nimmt man ihm auch förmlich ab. Die anderen Darsteller, die sind ganz okay gecastet und machen ihre Sache recht ordentlich. Ansonsten ist es ein Film, der leicht ist, der auch hier eine schöne Message mit sich trägt. Und wir erleben das Leben des 90-Jährigen so in Rückblenden mit, bekommen ihm immer mehr ins Herz geschlossen sozusagen. Und auch wenn wir da schon nach der dritten oder vierten Rückblende wissen, wohin die Reise geht, wollen wir trotzdem die Reise mit unserem 90-jährigen Hauptcharakter, hier mitgehen, weil wir wissen am Ende, das wird zwar traurig, aber dennoch schön. So fällt mein Fazit und meine Kritik zu Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt reiste aus. Wenn ihr an dem Film Interesse habt, ab dem 18. November 2022 gibt es den Film für das Heimkino auf Blu-ray und auch auf DVD. Cape Light Pictures hat mir freundlicherweise zwei Blu-rays hier mitgegeben, die ich an euch weiterreichen darf, weiter verschenken darf. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Versieht das Ganze mit einem Hashtag Cape Light Pictures und dann werde ich zeitnah zwei von euch raussuchen, an denen diese Blu-rays gehen. Herzlichen Dank an Cape Light Pictures, herzlichen Dank auch an euch, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. In diesem Sinne, macht es gut, meine Freunde, auf bald und Servus!